Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Wenn ich für jeden Kommentar hier unter meinen Videos auf YouTube, der in den letzten Wochen das Pocophone F1 erwähnt hat, einen Euro bekommen würde, dann könnte ich mir jetzt glaube ich locker schon ein iPhone XS Max mit 512 GB Speicher davon kaufen. Nein, aber mal Spaß beiseite, wirklich extrem viele von euch haben sich gewünscht, dass ich dieses Smartphone hier teste und jetzt habe ich dank notebooksbilliger.de endlich ein Testgerät hier. Das Pocophone F1 kostet momentan bei diversen deutschen Shops, also ohne Einfuhrumsatzsteuer, ohne Zoll und so weiter, je nach Speicherversion 330 bis 370 Euro und hat dafür wirklich einiges zu bieten. Highlight ist definitiv der Qualcomm Snapdragon 845 Prozessor, außerdem ein 4000 mAh starker Akku und 6 GB RAM. Im Prinzip kann man sagen, dass dieses Smartphone hier, was das Datenblatt so angeht, ein Flaggschiff-Smartphone zum Preis eines aktuellen Mittelklasse-Smartphones ist. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ob das Pocophone F1 wirklich hält, was es verspricht oder was das Datenblatt verspricht, das will ich in den nächsten Tagen herausfinden. Heute wollen wir es aber erstmal zusammen auspacken und schauen, wie denn so mein erster Eindruck ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Das ist die Verpackung des Pocophone F1. Ich würde sie mal als ziemlich schlicht bezeichnen. Das Interessante ist ja auf der Vorderseite hier definitiv, dass hier steht bei Xiaomi. Ich glaube, das wissen mittlerweile auch die meisten Pocophone oder allgemein dieses Ding hier. Natürlich eine Tochterfirma, eine Tochtermarke von Xiaomi oder zumindest unterstützt von Xiaomi. Meiner Meinung nach versuchen sie da was ganz ähnliches wie Oppo zum Beispiel mit OnePlus. Auch wenn die sagen, die haben nur in uns investiert und so weiter. Ich glaube, wir wissen alle oder wir können uns alle denken, wie da die Verhältnisse so sind. Ganz interessant, das hier ist die Global Version. Das Ding wird ja, glaube ich, unter anderem in Frankreich und ein paar anderen europäischen Ländern ganz normal verkauft. Bei uns hier in Deutschland stand heute allerdings noch nicht. Das ist etwas schade. Trotzdem können die ganzen Händler das natürlich problemlos importieren. Es gibt zwei Versionen, einmal 64, einmal 128 GB Speicher. Das meinte ich auch am Anfang, dass die Preise also zwischen diesen beiden Versionen natürlich schwanken. Und es gibt verschiedene Farben. Das hier ist schwarz. Es gibt aber auch noch blau und rot, habe ich gesehen. Wobei das rote, glaube ich, ist noch nicht so wirklich hier in Europa verfügbar. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Hier stehen so die wichtigsten technischen Daten. Das werden wir im Laufe des Videos aber alles noch durchgehen. Und natürlich sind hier auch alle Siegel mit drauf. CE-Logo und so weiter. Wie gesagt, das ist bestimmt für den europäischen Markt. Insofern, glaube ich, gibt es hier auch keine Probleme irgendwie mit den LTE-Bändern. Das war ja bei den Xiaomi-Smartphones oft so. Aber das ist bei deren Global-Smartphones, ja, also wie gesagt, da war das noch nie so. Folie haben wir entfernt. Jetzt machen wir das Ganze mal auf, würde ich sagen. Aber dieses Zusammenspiel so schwarz-gelb. Alle Dortmund-Fans dürften sich freuen. Das gefällt mir. Also das sieht hier ganz schick aus. Aber der Deckel sitzt hier ziemlich fest. Ich hoffe, das fällt mir jetzt nicht gleich raus. Nein, da haben Sie zumindest mitgedacht und setzen hier oben drauf dann so ein Tray. Schauen wir mal, was hier drin ist. Ja, ich sehe schon, ein Case ist mit dabei. Das ist doch lobenswert bei dem Preis. Hier das User-Guide, Quick-Start-Guide. Da haben wir hier tatsächlich so ein Bumper, so eine Case mit dabei. Durchsichtig, kann man natürlich verbiegen. Fühlt sich jetzt nicht besonders hochwertig an. Aber ey, es ist eins mit dabei. Das ist doch ganz nett. Mal schauen, wo sie sonst, also wo sie dann wirklich gespart. Und jetzt, es geht weiter, ey. Das Ding sitzt hier ziemlich streng drin. Nichts passiert. Da haben wir hier das Smartphone. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. Und ihr seht schon, überall zieht sich hier dieses, ja, gelb-schwarze Farbschimmer durch. Finde ich doch auf jeden Fall ganz nett. Dann haben wir hier unser Netzteil. USB auf USB-Typ C natürlich. Ich meine USB-C 2.0. Das kann man jetzt natürlich als Nachteil werten, aber ganz ehrlich, für den Preis. Dann hier unten das SimiJack-Tool. Ich glaube, das seht ihr auch. Und dann haben wir hier noch unser Netzteil. Das interessiert mich hier jetzt tatsächlich am meisten, ob das ein Fast-Charging-Netzteil ist. Weil es unterstützt ja Quick-Charge 3.0. Schauen wir mal, was hier draufsteht. Xiaomi Power Adapter Output, ja genau, 2,5 Ampere bei 5 Volt. Das sollte eigentlich für Quick-Charge 3.0 reichen. Natürlich auch für europäische Steckdosen hier. Das werde ich aber natürlich testen, ob das dann auch wirklich hier funktioniert. Ansonsten kein Headset mit dabei. Das Besondere, denke ich mal, auf jeden Fall hier dieses Case. Ansonsten, glaube ich, kann man sich für den Preis, bei den Specs nicht über den Lieferumfang beschweren. Anders als das ja jetzt zum Beispiel bei Apple der Fiber. Also ich glaube, damit kann man durchaus leben. Jetzt schauen wir uns das Smartphone etwas genauer an. Und damit kommen wir jetzt also zum eigentlichen Star der Show. So, das ist das Pocophone F1. Schauen wir mal uns kurz an, was hier noch draufsteht. Liquid Cooling System, ja das ist natürlich der Snapdragon 845. Dual Camera, 4000 mAh starke Akku. Wir ziehen hier jetzt erstmal die Folie auf der Vorderseite ab. Ich hoffe, ihr konntet etwas hören. Ist für mich so immer der schönste Moment beim Unboxing. Ich sage es immer wieder. Und auch hier auf der Rückseite. Und schaut mal, wie schön sie hier, wie liebevoll sie hier die Kamera abgedeckt haben. Das war natürlich ein Spaß. Aber nichtsdestotrotz, ey, immerhin ist sie geschützt. Besser so als anders. Das ziehen wir jetzt auch gleich mal schnell ab. Oh, das sieht schick aus. Also dieses Zusammenspiel hier. Naja, zur Rückseite kommen wir gleich noch. Das sage ich dann gleich noch. Ah, okay, okay, okay. Okay, ja, ja, mir fällt schon was auf. Dazu dann aber gleich noch mehr. Beginnen wir vielleicht mit den Abmessungen. 156 x 75 mm. Es ist 8,8 mm dünn, was für 4000 mAh, finde ich, auch in Ordnung geht. Und wiegt 182 Gramm. So generell, als ich es zum ersten Mal in die Hand genommen habe, es fällt auf, dass es ein bisschen mächtiger ist, sage ich jetzt zum Beispiel, als so ein Huawei Mate 20 Lite. Mit dem vergleiche ich es jetzt, weil ähnliche Preisklasse und so weiter. Ja, dürfte aber, glaube ich, die meisten nicht stören. Also es fühlt sich jetzt auf keinen Fall dick an. Ich gebe euch jetzt einfach mal einen Größenvergleich mit dem OnePlus 6. Die spielen ja hier, ja, wobei, was heißt das? Also ich meine, beide haben einen Snapdragon 845 und ich sage mal so, also ich vergleiche halt dieses Pocophone gerne mit OnePlus, weil große chinesische Firma und dann Tochtermarke und so weiter. Aber dann seht ihr schon, das Pocophone ist sogar einen kleinen Tick. Kleiner hat aber dafür auch ein etwas kleineres Display. Wir vergleichen die beiden hier von der Rückseite her. Ja, also so einigermaßen die Größenklasse würde ich jetzt doch mal sagen. Das kommt hin. Also auf jeden Fall kein kleines Smartphone, aber das konnte man sich denken, denke ich mal, bei 6,18 Zoll. Es ist ein IPS-Display, kein OLED-Display. Also das ist schon so der erste Punkt, wo natürlich etwas gespart wurde. Auflösung 2246 x 1080, das ist Full HD+. Das ist okay, das machen andere auch bei deutlich teureren Smartphones noch. Das sollte ausreichen. Und natürlich ist hier eine Notch mit dabei, wie bei fast allen Smartphones im Jahr 2018. Die ist auch etwas größer als jetzt zum Beispiel bei OnePlus 6, was wir eben gesehen haben. Aber ich glaube, damit kann man dann durchaus leben. Aber ich vermute, dass sie vor allem hier beim Display gespart haben, auch was die Helligkeit so angeht, was die Farbdarstellung angeht und so weiter. Weil, ja, wer sich zum Beispiel mal angeschaut hat, was so ein iPhone XS kostet zu bauen, der sieht, dass das Display tatsächlich so der teuerste Part ist. Aber bin ich mal gespannt. In die Notch integriert man dann eine 20 Megapixel Frontkamera mit einer Blende von f2.0. Auf der Vorderseite ansonsten Onscreen-Tasten. Die Displayränder, ja, also vor allem hier unten, könnten natürlich etwas kleiner sein. Seitlich geht in Ordnung. Also alles okay für den Preis, würde ich jetzt sagen. Da will ich gar nicht rummotzen. Und das ist wichtig, das Display wird von Gorilla Glass geschützt. Weil das vielleicht auch der ein oder andere schon vermutet hat. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Gorilla Glass, aber immerhin ist es Gorilla Glass. Und die fettabweisende Beschichtung scheint eigentlich auch ganz gut zu sein. Displayschutzvolle ist allerdings keine vorinstalliert. Jetzt kommen wir zum Rahmen. Und das ist natürlich das Erste, was mir so aufgefallen ist. Der besteht natürlich aus Kunststoff, aus mattem Kunststoff. Und ich sage es jetzt mal so, von der Haptik her fühlt sich das Ding in etwa so an, wie Smartphones vor, naja, drei, vier Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Lass mich mal überlegen, mit was man das gut vergleichen könnte. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht mehr ein, aber ich habe vor zwei Jahren oder so ein Xiaomi-Mittelklasse-Smartphone getestet. Und das hat halt auch so ein Unibody-Kunststoffgehäuse. Genauso fühlt sich das auch an. Nicht irgendwie billig, aber, und das muss man fairerweise auch sagen, weil alle das Ding immer so hochjubeln, kein Vergleich zum Beispiel zu einem Huawei Mate 20 Lite oder eigentlich fast allen aktuellen Smartphones, was die Haptik so angeht. Wem das egal ist, ja, der kann darüber natürlich hinwegschauen, aber ich wollte es auf jeden Fall erwähnt haben. Auf der linken Seite finden wir dann den Einschub für entweder zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM und eine MicroSD. Wie gesagt, 64 oder 128 GB Speicher. Und der kann erweitert werden. Das ist eine super Sache, ist bei Xiaomi ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Auf der Unterseite dann der USB-C-Port und ich denke mal Mikrofon und Lautsprecher. Ich habe im Specsheet gesehen, angeblich Stereo-Lautsprecher, aber da denke ich eher mal einer unten, einer in die Hörmuschel integriert. Da bin ich schon ziemlich gespannt drauf. Es ist aber auf jeden Fall nicht wasserdicht und hat auch kein NFC. Das mit dem nicht wasserdicht, damit kann man auch leben, finde ich, für den Preis. NFC hätte ich aber tatsächlich doch schon gerne gesehen. Stichwort Google Pay und so weiter. Auf der rechten Seite dann der Power-Button und die Tasten für lauter und leiser. Die wirken aber gut verarbeitet. Sind auch aus Kunststoff, aber sie wirken gut verarbeitet. Und auf der Oberseite haben wir tatsächlich noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss und ein erstes oder zweites Mikrofon, je nachdem, was das dann auf der Unterseite so ist. Jetzt sind wir bei der Rückseite angelangt. Und ja, also das ist smarter Kunststoff so. Ich höre ja echt immer wieder von vielen, die sich das zurückwünschen, weil sie irgendwie sagen, ey, ich kann mit Glas, ich kann mit Metall bei einem Smartphone gar nichts anfangen. Das liegt für mich nicht gut in der Hand. Für all die dürfte das dann quasi das perfekte Smartphone sein. Also versteht mich nicht falsch, das Ding fühlt sich auf keinen Fall billig an. Aber ja, also wer Glas oder wer Aluminium gewohnt ist, der wird hier vielleicht etwas enttäuscht sein, sage ich jetzt mal. Was mir aber gefällt, hier diese Dual-Kamera. Also ihr seht schon, die ist so rot umrundet hier bei dem schwarzen Modell. Wobei schwarz, ich finde, das ist eher so ein Grau. Aber dieses Zusammenspiel, das gefällt mir auf jeden Fall. Das sieht schick aus. Was gibt es zu der Kamera zu sagen? Wie gesagt, Dual-Kamera, einmal 12, einmal 5 Megapixel mit einer Blende von f1.9 bzw. f2.0. Auf die bin ich schon gespannt. Das wird natürlich auch zählen, was die Kamera so kann. Da kann man natürlich auch viel Geld sparen. Da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt drauf. Sie ragt auf jeden Fall kaum aus dem Gehäuse hervor. Wir haben einen Fingerabdrucksensor. Wir haben angeblich auch eine Gesichtserkennung. Wobei die irgendwie vor ein paar Tagen noch nicht so wirklich funktioniert hat, was ich gehört habe. Das muss ich erstmal noch testen, beziehungsweise einfach noch nicht aktiviert war. Und dann haben wir einen 4000 mAh starken Akku. Das darf man immer nicht vergessen. Das ist für mich so neben dem Snapdragon 845 wirklich so, ja, das größte Highlight. Jetzt schalten wir das Ding mal ein. Ich hoffe, dass etwas Power drauf ist und dass es kurz vibriert. So ist es auch. Während es hochfährt, gebe ich euch die restlichen technischen Daten durch. Plattform ist Android 8.1 und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der MIUI allerdings etwas angepasst. Leider kein Stock Android. Ich hätte hier unglaublich gerne Android One oder Stock Android gesehen, aber ihr seht schon hier MIUI 9. Bin ich, sage ich euch ganz ehrlich, kein großer Fan von. Aber, ja, muss ich mir mal wieder anschauen. Ich hatte jetzt schon lange kein Xiaomi-Smartphone mit MIUI mehr wirklich im Test. Schauen wir mal. Und dann 6 GB RAM. Das ist für den Preis natürlich auch ordentlich. Jetzt seht ihr hier auch nochmal die Displayränder besser. Natürlich hier mit Notch. Aber ich muss sagen, so der Schwarzwert, das sieht so vom ersten Eindruck her gar nicht schlecht aus. Also auf das Display, da bin ich es am meisten gespannt. Auch die Blickwinkel. Ja, das... Naja, ich muss es mir noch genauer anschauen, aber das scheint eigentlich alles so ganz in Ordnung zu sein. Aber ja, Leute, das war mein Unboxing des Pocophone F1. Erster Eindruck von der Haptik. Ich glaube, das habt ihr schon rausgehört. Bin ich nicht so begeistert vom Specsheet, von den Anschlüssen und so weiter. Dafür umso mehr. Ich bin gespannt auf dieses Smartphone. Test ist auf jeden Fall geplant. Wenn ihr das sehen wollt, lasst mich gerne wissen, was euch dazu interessieren würde. Irgendein Vergleich, vielleicht ein Benchmark-Video, irgendwas anderes oder irgendwas, was ich im Review auf jeden Fall mit einbauen sollte, mache ich dann sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dieses Video hier hat euch gefallen. Ich sage in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.